Man hört nur Gelaber gegen Gelaber, Aussage gegen Aussage. Wenn das passieren sollte, dürft ihr mich ausziehen und mich hinten in den Ar... Und dann... Kevin, wenn wir uns das nächste Mal sehen, geh auf Knien, auf alle Viere, schönes Hohlkreuz machen und dann gebe ich dir das, was du zu mir gesagt hast.